einen wunderschönen guten tag meine lieben auch willkommen zu meinem neuen video ich habe also gestern war von milen's welt wo er ist ja cute baby milen jetzt heißt milen's welt und ist ein panikbuch von amazon das kostet 9 euro und andere sicher schreibe ich euch unter der infobox und ihr habt schon gesehen von spielzeug spielzeugtester oder wie geschichte und spielzeug und im holenlist werde ich euch sehen die milen wasser und ich habe auch das ist da in meinem bett ich habe auch richtig gerne gefreut und ja die habe so geile gefreut die habe so richtig gefreut und ich habe so geile gefreut dass sie mal hier also liebens ich bin ein toller fan von milen's welt als von kürz bei milen habe ich schon seit 2015 schon mal geguckt und das war ja auch wirklich cooles das habe ich schon bei youtube schon gesehen oder das kostet 9 euro 99 bei amazon und ich habe in österreich also in österreich kostet 10 euro 30 bei deutschland 9 euro 99 bei auch ja also am ende kann man hier auch lesen hier erfährst du alles was du schon immer über deine freunde wissen worte ich und das beste milen hat sich voran eingetragen und verraten dir das ein oder andere geheimnis außerdem sagt es dir ihre liebsten fotos auf dem familien album also das ist ja richtig hat es gestern angekommen und ich packe es war auch sie kann man hier diese hatte hier die sagt der buch gehört ja und hier kann es Hier kann man mein Foto dran kleben, oder ich heiße so, ne heisst du mich, oder was so, ja, alles erleben, oder so. Hier steht, also hier steht ja auf Millet, also hier steht ja auch dran. Und hier kann man hier auch gut, also, ich frag euch mal, ne, die Kamera ist das ein bisschen höher, ich glaube, naja, das könnt ihr euch besser sehen, also, ich heiße Millet Elida Helle, das ist mein YouTube-Name, steht auch dran in Millets Welt. Hier steht, äh, 23. August 2009, also ist ja Geburtstag, Sternsatz in der Schlöpfe, ich wohne in der Kleinstadt in Augsburg, meine Mama Anua, mein Papa Robert und mein, also Bruder Hakan, also Hakan und Schieren, hier steht auch, wenn ihr mal später größer seid, hier steht auch, oder Tanz, Tanzvideos und Musik und, äh, wie kriegt ihr aus Erlebnismusik, oder Aktion Millionen von Max Gesinger, oder Tanzvideos mit Freundinnen auf Musicals, oder besucht die Filmset zum Kino-Fund, die war bei Bibi und Tina. Und, äh, ja, die war ja schon mal im Käppchenurlaub in Italien, und, ähm, das ist natürlich das Liebste an Kleidern und Rocken. Und dann bin ich, mein Bruder, Schierenärger, also formulär, oder Haferflocke und Zucker, oder ihr könnt einfach ein Liebeses filmen, also den Tina-Fügel, und wenn es Urlaub mit Mama ist, das ist ja so geil, und hier haben wir die Freude, haben wir die Freude, wo ist das? Oh, ach, Tobi, so haben wir die Freude wieder. Oh, ach, ich bin echt da seltsam. So, ich, hier, ist das? Das ist ein Familienbuch. Warte, das ist ein Rofjord, ein Rofjord, eine war Scheren, Filet, dann ist die Familie einfach, ja. Sehr, richtig, cool, und da hinten ist es auch noch, wie der, auch, ja. Warte. Und hier ist jetzt einmal die Geburtstagskalender, hier sind die Robert, Alnur, Midei und Siyan. Und äh ja, der war S.V.C. Ja, also das war's. Ich hoffe euch das Video gefallen hat, gibts Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Es ist immer kostenlos, wenn euch das Video nicht gefallen hat, macht Daumen nach unten. Und bis morgen wieder. Oder so ein neues Vlog, so ein neues Video. Also das war's. Tschüss ihr Lieben.